Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir mal wieder ein Speed Build und das ist die Shell Challenge von Lil Simsy, denn sie hat schon wieder eine Shell veröffentlicht. Das hatten wir schon einmal gemacht, das werde ich euch auch in der Endcard später verlinken, weil cool und so. Genau. Und ja, ich habe mich dieses Mal nicht dazu entschieden, dass ich einfach ein cozy Family House mache, so wie letztes Mal, sondern ich habe mich dafür entschieden, dass ich ein Restaurant mache und ich wollte ein Veggie-Restaurant machen. Also das sieht man letztendlich ja dann nur an dem Essen. Ihr werdet auch sehen, wie ich dann die Karte ausfülle, aber ja, genau. Ich bin mit dem Ganzen sehr, sehr zufrieden. Ich habe halt die obere Etage, die ist halt auch dafür gedacht, dass wenn man halt sehr mit dem Restaurant spielen möchte, dass man da halt quasi auch ein bisschen leben kann, also schlafen etc. Deswegen ist halt oben quasi ein Wohnbereich. Man kann halt leider nicht ausstellen, wenn man halt nur dort essen geht, dass da halt keiner hin kann. Das ist halt ein bisschen kritisch, weil die Gäste halt theoretisch die ganze Zeit dann da hingehen könnten. Aber ja, deswegen wird das wahrscheinlich auch als Esstisch benutzt. Aber ich weiß es nicht. Aber letztendlich ist es auch egal, weil in den meisten Fällen wird man ja dann natürlich an den anderen Esstischen gesetzt werden. Ich mache hier gleich erstmal einen dummen Fehler, weil ich habe das zweite E in Veggie, habe ich vergessen, kritisch. Aber das hole ich halt noch nachher nach. Ich glaube, man sieht das nicht auf Aufnahme, weil ich habe leider aufgrund davon, dass mein Speicherplatz voll war, konnte ich die Aufnahmen leider nicht mehr retten, weil ich mache ja mal mehrere Aufnahmen, wenn ich halt ein Speedbit machen möchte, also halt aufnehme, wie ich halt baue. Also, ja, also in dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel drei verschiedene Aufnahmen gemacht. Und ja, die erste hat halt super funktioniert. Die zweite, da ist mir halt die Felsplatte vollgelaufen. Kritisch auf jeden Fall. Deswegen, leider ist meine Datei jetzt korrupt dann und ich kann sie halt nicht mehr nutzen. Das ist ein bisschen doof. Aber leider kann man das nicht mehr ändern. Es ist halt jetzt ein großer Teil vom Einrichten und so leider halt nicht da. Aber, wie gesagt, man kann es halt nicht mehr ändern. Und letztendlich ist es ja auch egal, so. Weil, ich meine, wenn man damit spielen möchte oder so, dann juckt es ja nicht, ob das jetzt im Speedbild drin ist oder nicht, weil es ist ja im Haus an sich drin. Das ist ja das Wichtige. Genau und, ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Bild tatsächlich. Also, ich bin ja gar nicht so oft so krass zufrieden mit dem, was ich so baue. Aber, das ist schon, finde ich, ganz cool geworden. Weil, es ist halt mal out of my comfort zone. Weil, ich habe noch nie ein Grundstück gebaut, also so ernsthaft gebaut, wo, ähm, also was halt ein öffentlicher Platz ist. Ich habe eigentlich, wenn, habe ich nur Häuser gebaut, wo halt Sims drin wohnen. Und deswegen ist es halt quasi neu für mich. Aber es ist halt auch ziemlich cool. Ähm, ich habe das Grundstück jetzt auch in meinem neuen Save-File, den ich dann, wenn er irgendwann mal fertig sein wird, das wird noch Monate dauern. Wenn er irgendwann fertig sein sollte, dann werde ich ihn da drin auch platzieren. Und was ich halt eigentlich machen wollte, ist, dass ich halt diese Tür, also diese Tür, diese Treppe halt da hinten drauf mache. Aber, man kann bei so schrägen Dingens, kann man keine Treppen dran bauen. Wo ich mir so denke, warum? Das ist voll behindert. Ich wollte das voll machen, weil das voll cool gewesen wäre. Und dann so, nö. Spiel so, sehe ich so aus, als ob das funktionieren würde. Ich halt da ein bisschen zähl. Aber, man kann halt nichts dran erinnern. Ja, deswegen habe ich das halt letztendlich lassen müssen und, ja, musste halt dann arbeiten, nur von innen einen Gang nach dort oben. Aber naja, passt schon, ne. Jedenfalls, ähm, wenn ihr wollen würdet, dass halt kein Sim nach oben kommt, wäre halt die Idee, dass ihr einfach die Tür zustellt. So, also, dass ihr einfach dann da irgendwie eine Pflanze vor die, also hinter die Tür oder so stellt oder vor die Tür. Keine Ahnung. So, you know, einfach, dass da halt dann keiner hin kann. Ähm, falls ihr übrigens nicht wisst, was die Shell Challenge ist, ist, man darf halt die Wände nicht irgendwie verändern, in irgendeiner Art und Weise. Man kann halt, wie gesagt, also, wie ich das auch gemacht habe, kann man halt das, ähm, rotieren und verschieben, ähm, aber man darf Wände, die da sind, nicht verändern. Man darf auch, äh, außen keine dran bauen oder so, oder irgendwas, ne. Genau. Aber, ja, habe ich ja auch nicht gemacht. Ich habe mich sehr krass dran gehalten. Es war mir sehr wichtig. Und, ähm, ja, ähm, genau. Also, ich bin halt auch froh, dass ich jetzt halt schon mal ein Restaurant für meinen Safe dann halt quasi fertig habe. Äh, vor allem auch ein Veggie-Restaurant, was halt cool. Ähm, ja, weil ich werde wahrscheinlich auch ein paar Veggie-Sims dann ja auch platzieren in der Welt und die können dann halt da vernünftig essen gehen. Und halt auch so, ich habe halt auch penibel darauf geachtet, dass alles halt auch Veggie ist auf der Karte und so. Jo, aber, ähm, ja. Also, ich bin, wie gesagt, froh, dass ich jetzt schon mal das erste Gemeinschaftsgründstück für meinen Safe-File fertig habe. Der Safe-File wird übrigens Peachy-Safe heißen, weil, falls ihr es noch nicht wusstet, ich mag Fiesiche sehr, sehr gern. Und ich finde, Peachy klingt einfach süß, deswegen war ich so, okay, Peachy-Safe, ähm, so heißt meine Datei auch schon. Äh, ich freue mich schon total, das irgendwann zu veröffentlichen. Ich meine, wie gesagt, das dauert noch Monate bis dahin, aber ich habe halt, das ist halt echt Lust, daran zu arbeiten, so. Also, es ist halt auch ziemlich cool und ich freue mich halt einfach voll, weil, ah, es ist einfach sowas Neues. Ich habe halt noch nie sowas gemacht, so. Und deswegen finde ich das so schön. Ja, meine Inspiration ist ja Lissimsee dabei auch, deswegen ist es schon okay, wenn Iris Shell, ähm, halt da drin steht. Weil letztendlich, sie hat zwar den Grundriss gelegt, aber ich habe ja alles andere, also ich habe, ich habe ja halt die Einteilung von den Räumen selber gemacht. Ich habe die Einrichtung selber gemacht. Ich habe das Außen selber gemacht. Ich habe, äh, selbst die Tapeten und den Boden ausgewählt. Ähm, hier Fenster und so weiter dran gemacht. Dächer, ähm, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als eine Renovierung. Eine Renovierung wollte ich halt, ähm, nur von den Häusern, die EA halt da drin hat, wollte ich ja nur so haben. Und sonst wollte ich einfach keine Renovierung drin haben, weil ich finde, dass das irgendwie nicht so dann, also letztendlich ist es dann ja nicht so 100% mein Werk. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich mit dem Safe ausdrücken möchte, dass es halt mein Werk ist. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, jo, äh, ich werde einfach dann versuchen, selber Häuser zu bauen. Und, ähm, dadurch lerne ich ja auch. Und wenn ich jetzt am Anfang Häuser baue und vielleicht in ein paar Monaten bin ich voll gut im Bauen oder auf jeden Fall besser, dann, äh, kann ich immer noch sagen, hey, ähm, wie wäre es, wenn ich halt meine Häuser, die ich da gebaut habe, nochmal renoviere. So, das wäre natürlich auch eine Idee, weil dann, ähm, ja, weil dann ist es ja trotzdem 100% mein Werk. So, deswegen, ja, aber wir werden gucken, wie das dann alles läuft, weil, jo, es werden bestimmt in der Zeit, wo ich daran arbeite, werden noch 20 Erweiterungen rauskommen, das wird halt ein bisschen kritisch, haha, aber, äh, passiert. Aber ja. Ähm, also das heißt ja letztendlich, dass ich dann noch mehr Arbeit habe, aber, naja. Le Simsie hat ja den Safe ja auch schon mehrere Jahre versucht oder so zu machen, deswegen, ja, wird schon passen, ne? Es wird schon irgendwie hinkommen, so. Jo. Ich habe, glaube ich, sogar gar nicht so viele verschiedene Erweiterungen benutzt. Bin mir gerade, ehrlich gesagt, ziemlich unsicher, wie viel ich da benutzt habe. Das ist halt ein bisschen kritisch. Aber es ist, äh, weniger als normalerweise, also als ich normalerweise benutzen würde irgendwie, weil ich halt viel aus Skam-Freunden und sowas benutzt habe. Ähm, ja, weil das braucht man ja sowieso, um ein Restaurant zu platzieren, deswegen, genau, macht das schon halt Sinn. Hä, aber, muss man natürlich nicht, aber ich fand es halt cool, weil, keine Ahnung. Ich habe es natürlich auch bei Le Simsie eingereicht, unter dem Hashtag Simsie Shell, glaube ich. Und, äh, ja, habe erklärt, was es halt damit aufsichert. Und, äh, ja, es wäre natürlich ziemlich cool, wenn sie halt sich das anguckt, wenn sie das sieht. Also, es wäre richtig cool. Ich würde mich richtig freuen, weil ich hätte mir jetzt schon viel Mühe gegeben und, ähm, ja. Ich mache sowas ja auch nicht so oft, aber ich finde es halt cool, dass ich jetzt auch viel mehr hochlade in der Galerie, dadurch, dass ich jetzt sehr viel mehr baue und Sims erstelle und, und so weiter. Genau, und das, ah, ich finde es toll. Ich bin halt nicht so zufrieden mit meinem Sims-Self, äh, wenn es darum geht, dass das Sims-Self existiert ohne Custom-Content. Weil ich habe ja, ähm, was soll ich sagen, ähm, ich habe ja ein Sims-Self. Mit Custom-Content, der auch sehr gut und sehr nach mir aussieht, durch den Custom-Content. Und zum Beispiel gibt es einfach keine wirkliche Frisur, die auf mich zutrifft. Von, äh, ja, die halt schon im Spiel existieren. Denn, das ist halt ein bisschen doof, aber, ja, also ich habe jetzt erstmal vorübergehend die von Jahreszeiten genommen. Aber wir müssen halt gucken, vielleicht kommt in den nächsten Erweiterungen, kommt vielleicht eine Frisur, die halt exaktly die ist, die ich habe, so. Wir werden sehen. Ähm, weil ich meine, es, ich weiß nicht, ob es eventuell schon angekündigt werden könnte, konnte, whatever, dass University angekündigt wurde, weil sehr viele Keyseller haben schon drinstehen, dass Discover University rauskommt. Und, ähm, ich freue mich sehr. Das wird sehr, sehr schön. Weil, äh, die ganze Community wünscht sich ja schon seit Monaten bei jeder Ankündigung, bei jeder Ankündigung, äh, wollen die halt wieder ein Universitäts-Pack haben. Und ich gehöre auch dazu. Ich habe mich nicht beschwert, darum, dass es halt andere Sachen irgendwie vorher kamen oder so. Aber, ähm, natürlich, äh, habe ich schon darauf gefiebert, dass es jetzt irgendwie vielleicht dieses Jahr sogar noch kommt. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr noch kommt. Dadurch, dass halt viele Keyseller gesagt haben, hier, das kommt noch raus. Es wird wahrscheinlich nicht so heißen. Aber, das war so cool, ich freue mich richtig, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass, ähm, dass sie das Universitäts-System aus den vorherigen Teilen, dass sie das vielleicht nochmal ein gutes Stück überarbeiten. Und dass es einfach richtig, richtig cool werden könnte. Deswegen, ja, ich freue mich da sehr, 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 sehr drauf. Und, wie gesagt, vielleicht ist es ja schon angekündigt worden, wenn das Video rauskommt, weil ich nehme das gerade am 17.10. auf. Und das Video kommt am, äh, das muss ich kurz nachgucken. Ich weiß nicht das Datum auswendig. Das Video kommt am, am 23.10. Und, ja, bis dahin könnte eine Ankündigung ja schon stattgefunden haben. Ähm, ich hoffe es sehr. Ich hoffe, es kommt halt erst dann raus, wenn ich halt Geld habe dafür. Hehe, weil, das wäre sonst ein bisschen kritisch. Weil, ich bin nicht so reich. Aber ich möchte das Pack haben. Und das Problem ist, äh, wenn ein Universitäts-Pack kommt, wird es ein 40-Euro-Pack sein. Und selbst wenn ich das auf, äh, Keysellern kaufen würde, würde es am Anfang trotzdem noch so 30 oder so kosten. Und, das Geld habe ich nicht einfach so. Das ist ein bisschen doof, aber, ja, wir kriegen da schon alles hin. Also, ich werde schon einen Weg finden, wie ich das dann kaufen kann. Aber, you know, so großartig dieses, oh, das kostet dann wieder 40 Euro, ist so, help me. Aber, ja, passiert, ne? Aber, ja. Also, wie gesagt, ich freue mich halt, wenn das halt dann rauskommt und so. Weil, ähm, ich würde es halt schon wieder gerne zum Release haben. Dadurch, dass ich eben auch einen Sims-Channel habe. Und vor allem, weil, ähm, ja, genau. Ja, weil ich halt direkt Content damit machen möchte, ne? Weil, ähm, ich denke, man kann einen sehr, sehr coolen Content damit machen dann. Vielleicht können wir dann ja eine Mini-Series oder so draus machen. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie das dann alles laufen wird. Und, ähm, sorry, falls ich mich ein bisschen nasal anhöre. Sorry übrigens, dass ich das Ganze am Ende sage. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Aber, ähm, ich höre mich ein bisschen nasal an. Ich bin ein bisschen krank. Aber, also, ich geht's mir supi. Ich, ich höre mich nur ein bisschen schnupfrig an. Aber, das ist okay. Bei einem wird schon damit klarkommen, ja? Ähm, deswegen, also, wenn ich, wenn man zwischendurch gehört hat, dass ich irgendwie meine Nase hochgezogen habe oder so aus Versehen, dann tut es mir sehr doll leid. Und, das, ähm, war nicht gewollt, ehrlich gesagt. Ähm, ja, weil, naja, ich gucke mir das natürlich auch nicht gerne an, wenn Leute die ganze Zeit so hoch schniefen oder sowas. Aber, ja. Man sieht leider in den Screenshots ein paar Sims, weil die ja, ne, und so, die müssen da ja arbeiten. Das ist halt der Vorteil bei Privatgrundstücken, weil da kannst du halt dann einfach das machen. Und, ähm, wenn du, und wenn du jetzt halt da hinreist, dann sind da natürlich die ganzen Angestellten schon. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber, was willst du machen? Aber, wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Mich würde es natürlich sehr, sehr interessieren, ob ihr es auch cool findet. Und, ähm, wenn ihr das runterladen möchtet, dann könnt ihr das tun. Meine Origin-ID ist Mooli-Girli. Das werde ich euch gleich auch nochmal einblenden. Und dann könnt ihr danach einfach suchen. Dann könnt ihr auf meinen Account, dann könnt ihr mir eventuell folgen. Und dann könnt ihr das runterladen. Und, ja. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Restaurant, falls ihr es runterladen werdet. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und Tschüss.